Weg 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 Hinterhände Ja, mach mal ein bisschen weiter nach Hinter Lass dich nicht treffen gleich Haben wir Granaten? Ne ne? Es geht! LOL Bitte! Geht mir jetzt an die Rüchte Hatsch... 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 Oh nein! Moin und willkommen zu Staffel 17 mit der Folge 26 Und jetzt kommt die große Rache Wir raiden die, die uns geradet haben Wir fangen zu müssen an mit der Cave als allererstes mit dabei Sind alle diesmal Dormois, Energetix, Mercury und Salafur Hallo Moin! 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 habt ihr die Exkursen um ja ich habe 250 und zwei weiteren auch 250 ja hier sondern vor das war das zwei weiteren ergebnis hier und das aller vor und bin ich ja mal aufspannend schlicht hat sie hatten sollten und nichts drin ist für mich verdorben bei mir weil du sagst, wir machen die zuerst so ist ja aufgemacht, also beschwere ich nicht ne leere Steinbassstarter aufmachen das ne leere Steinbass? ja, von denen die Starter, die war komplett leer da waren wir uns aber alle einig, dass wir die aufmachen wollen eh, ich nicht du bist ja immer gegen den Schwumschwimmer, weißt du? die kommt da versteckt euch was? versteckt euch wo denn? vor uns alle im Buschalter eine Granate, wir sind weg jetzt ist er wieder aus jetzt schnell wir Base bauen hier irgendwo hin nein, vor die Base, oder? dass wir auf die Höhle gucken können welche Höhle ist denn da, die hier vor uns? die hier, da ist nur eine achso, die hier die hat nur einen Eingang ja, die hat nur den Eingang ok, ich schmeiß die was hin ne, mach es, mach es hier, eine auf Upgraden, bitte Scheiße, Alter, wohin soll ich die Turret hinsetzen? direkt davor, hier so geht nicht Tür ist hier rechts, zack, hier raus dann mach hier ein Dreieck hin und da setzt die Turret drauf hätte ich, oder so, keine Ahnung mal da hin ich kann kein Dreieck bauen ich kann kein Dreieck bauen dann setz dich nicht vorne auf einfach auf das Viereck, einfach auf das Viereck drauf einmal reparieren einmal reparieren ja, dann gibt man Hammer und Metall und HQ ja, hoffentlich funktioniert auch nicht mit dem mit dem nein nein alle autorisiert? nein das wir einmachen ja ähm dach wär nicht schlecht vielleicht oben beim Dachfenster reinmachen oder so ja, soll ich? ja, mach doch jetzt irgendwas ist die Tür zu? alter ja, weg Energietics ja, Moment ja entschuld' ist das am Decayen? was? da hat halt irgendwer was rausgenommen wieder Metall fehlt oder tu mal ein bisschen Metall rein hier ist der Hammer für den wir aufwerten müssen liegt auf der Treppe ja warum denn da oben gehen? kann man ja kaum musizieren manchmal die hier sind das Fenster hier nicht da? ja, es ist schwierig, ne? wir können doch da auch Fenster reinmachen und machen halt zwei rein gut, okay äh, Fenster geht da, Fenster geht da zwei Stück baue ich zwei Stück baue ich so, wenn ihr was seht, was falsch rum ist äh, müsst ihr mir das sagen ich seh nichts, ne? wir müssen noch zu weit gehen das hätte ich gesehen das hätte ich gesehen der Hammer liegt unten in der Kiste plus noch einmal weg, bitte Fenstergitter aus Holz der Rahmen ist noch aus Holz der Rahmen ist noch aus der Rahmen ist noch aus den Hammer das dauert zu lange, weißt du? ja, es ist richterlicher wieder mehr kann ich bauen ja, alter scheiße ich mach jetzt zwei Fenster geht aus Holz hab ich doch schon ach so boah, alter boah, alter einmal mit Profisern warum kann ich den Rahmen? scheiß Rahmen nicht das sieht gut aus, halt lecker mach doch du jetzt, da größe Fix, ihr Idioten halt's Maul da draußen du willst schon runter springen? jetzt mach doch dein scheiß Ding ja mach doch nicht dauernd zu ja, mach doch nicht dauernd zu späne ja doch, Mois du Autisten was denn? bewegt deinen Arsch komm, dann spring ich schon mal runter bist du schon da, oder was? wer hat die scheiß Schrabsäcke so beschissen gelegt? geh platze, leg nur um hin du brauchst da so scheiße hin du brauchst da so scheiße hin überall nein wir haben keinen Platz für den Loot ja 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 ich brauch zwei Kisteln vollidioten wo wo ich bin so akku guck mal weg du gibst du das, bevor es despawn hab ich eh, heb mal das Zeug auf sprichst du doch schon längst ja, für die Zuschauerinformationen Dormoise wird das runterspringen und die Tore dort leertriggern äh, Dormoise ist Dormoise ist Dormoise ist rastgeflogen Widerlos oh ne so eine Hurensohn scheiße wie ich konnte drecksverein der Nation alle an die Bank gestellt und erschossen hey was hör auf in der scheiße hab kein böses Wort gesagt hm ich musste dich ausfremden, bevor du übertreibst wieder nein musst du nicht hast du es aufgenommen, oder? ja hast du es aufgehoben? ja oh man ey es war ein Behindertenverein so wie Raiden geht ey, es ist grausam ey der eine ist blind der andere ist cholirica der andere hat alzheimer und ist blind und taub der andere ist mercury alter ich kann nicht mehr wem gehören die scheiß Schlafsäcke alter Thomas ist wieder da wunderbar sprich runter der verdammte Scheiß der nur checken ich hoffe echt dass da unten was drin ist alter die Raidbase geht alter wollen wir die Spraymoni erstmal in der Raidbase lassen? ja 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 ist vielleicht ein bisschen schlauer ja ah ich häng irgendwie fest gerade achso deswegen da unten da rein genau Sinn? ich bin grad am rein spawnen ok ok ich bin grad am spawnen ok hat er gesagt building ah hab ich schon gehört wegen der HQ HQ Tür hier so das ist ja nicht schlimm ich hoffe ich lauf jetzt nur ins richtige Echt ich hoffe ich seh dich danach ne ich seh dich an der Kiste mal rein soll ich runter werfen? ja soll ich mal zu der nein die sind online die sind online ist schleichen 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 ich lauf rechts da man hört dich trotzdem es macht keinen sinn wenn ihr zum mainbase geht wenn ihr unten spawnen können es ist nur einer da mach das ticker marsch das hier warum damit diese schuhe wieder in die bastion ich meine mein schmil hängt gerade ist gleich ganz entspannt 140 kann man schießen headshot ist down nein schmil der ist gestorben der typ ist gestorben ne der ist noch ja da sind ja für die zwei dann vielleicht drauf ist der runtergefallen odi der ist runtergefallen der sande klappt im stuhl sicher bin ich eigentlich zu 90% überzeugt von wenn einer aber abspringt rechtzeitig aufsteht komm mal soll ich runterwerfen nein die sind ja gerade zweit ich hab dir nen headshot gegeben ok wo ist denn der heli gelandet der ist weg nein der ist da hinten äh richtung 250 ist der vielleicht das wasser runterwerfen nein der ist weitergeflogen ich teste erstmal gerade ah schmeiß eine extra muni oder so komm mal hin zurück odi hin ne schaff ich nicht hin ich hab äh kürbis runtergeworfen ja der ist in der mitte den kriege ich nicht wie soll ich das dann zu dir hinwerfen witzvoll anderer winkel ich muss ja nicht direkt mir dann auch in die nähe probier's nochmal kommt noch einer ich hab den auf 33 geschossen odi und danach hast du den gehittet oder was das geht ich hab den jetzt gehört ja den hab ich aber warte 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 mit der explo und so ne das war scheiße ne das war scheiße das ist der vor war besser ja ich probier's nochmal ah fuck hörst du bewegung das war andere Seite ne noch nicht ja der kullert da vorgegen hier sind Turrets drin halt ja hab ich gerade gesagt wollen da sind Turrets drin ja komm mal auf jetzt da war ich ein Turrets du musst nur irgendwann stopp sagen wenn ich runterwerfen kann energetics macht das nie wieder schreibt mich nie wieder so alter ja was denn ich hab nicht gewusst dass du hier bist sag du Dex sag du bist du hallo pur bist du laufen? so aber das ist der Winkel zum runterwerfen oder? jetzt kannst du laufen auch jetzt mach das denn einmal dann wechselst du wieder Position merkwürdig bist du hinter der Base laufen? ja ok hier bin ich ich laub wieder zur Cave ok ok kann ich wenns ist einsammeln ok ok jetzt ah jetzt Bewegung Bewegung in der Base hier komme so zieht auf die Dings Tür ich werfe Stimuli runter zack schleichen energetik schleichen Türen Türen Dach Dach ok 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 da ist der Türen nicht nicht schiffst und Dreck schießen dann ist er doch gestorben mit dem hedi und ins wasser gefallen da gibt es ja keine explosion oder hast du ihn wirklich wegfliegen sehen der ist weg geflogen vielleicht durch eine blutung oder so vielleicht konnte er sich nicht oben spritzen das gibt glaube ich oder hat so viele türen der trinkt was der kommt gleich raus das ist ein rücken auf ihr habt ja mal hoch ist das über unseren hiel hier um fliegen recht über über der höhle ist bringt nichts was ihr vorne macht es geht gehst du zurück zu der höhle bitte ja 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 und die passauf der kommt und die wo die lg text bringst du noch ein bisschen extra money mit die mit dem bereich kommen wie viele jünger sein halt alles 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 sie tut schon weg oder wird er hat schon gemacht und scheiße muss hier fast runter aufnehmen genau nicht alle runter und die die sorry ich hoffe der hat sich gehört die ganze 500 schmiss runter um was macht der da keine ahnung kommst du alleine klar ja geht das bringt das video ja nichts hier dauer campen und ritten aufnehmen ist auch langweilig kannst du runter jumpen tja will ich sehen ne warte ich wir schicken das ding mal hin hoch wenn du runter kommst dann sag bescheid oder wenn du oben bist perfekt wenn ich dir richtig runter schmeißt dann schleich jetzt bloß weg damit der nicht hört dass ich energetext hülle rein rechts ja ich spiel kann da runter springen ne nichts mehr soll davon müssen jetzt warten ne ist der aufzug ne ist kein aufzug ne ist kein aufzug der kommt gleich hoch wenn der muss kommt jetzt ne ist dann schmeißt die muni einfach runter vielleicht du bist im falschen aufgang ja und alter alter hülle rein und dann rechts hier ist der aufzug da warte 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 schau mal die expo muni runter dass wir weitermachen ja 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 hier kommt sie da direkt bei mir das ja warte 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 aber ich jetzt habe ich noch nicht ich bin so blöd ey hast du lichter kreis ja darf das haben ja dann lass ich eingang hier kommt ja da dankeschön Dankeschön. Ich passt dann am Eingang auf. Jo. Wer hat denn da mit Armbrust geschossen? Kannst hoch schicken. Wer schießt? Na wer mit Armbrust? Ah, Salafoß. Er kam nicht an, Salafoß. Da kam was an. Problem, ich schreie jetzt immer. Schick mal jetzt endlich ein scheiß Ding hoch. Nicht nachgeladen. Dankeschön. Ich hier. Ich hier. Hallo, schalt einfach. Totcom-Trap ist leer. Wer schießt denn da mit der M2? Ich? Oh, Molf. Ja, pass auf. Wehrschläger. Ja. Ist nichts mehr drin. Tommy, mach weiter. Alle weg. 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 Gute Throrn. Weiter, hinter. Time, mach mal. Mach Dich weit danach nach hinter. Lass dich nicht treffen gleich. Ph cit. Ja, so, so is gut. Pfl. Na hoch, herman. Nein, Alter. Ich dachte, die Erschwärme reicht nicht. Guck, die haben alles aus den Pisten. Lauf! Haben wir Granaten? Es geht! Aber wir haben Cupboard auf jeden Fall, Leute. Zerstört die Kacke mal. Oh, warte, ich hab gar kein Cupboard hier. Warte mal, wir haben Holz hier? Vielleicht in den Bauschrank. Okay, haben wir oben Holz. Ein bisschen, ja. Doch, ein bisschen. Wir bräuchten noch Explore-Armor von der Base. Mach doch mal den Bauschrank kaputt. Dann können wir eventuell... Haben die da oben eine Shotgun-Trap und werden selber schossen. Und wir können vielleicht aus dem Bauschrankholz nehmen. Warte, ich schaff da. Nicht Sinn, nicht Sinn, nicht Sinn. Wir haben alles da rausgenommen. Ich hab noch 300 Holz, aber ich hab kein Licht. Ich hab sowas gesetzt, oder? Ja, landen hier sind es. Wie viel hat denn hier die... Guck mal, die hat noch... Ah, die hat 1700 noch. Wir brauchen von zuhause auf jeden Fall nochmal Explore-Armor, sonst kommen wir nicht hier rein. Wie viele haben wir da noch in der Base? Äh... Base ist noch einiges. 300, glaub ich. Ich mein Red Base. Red Base ist nicht mehr, ich hab das... Wir haben schon 750 Schuss erballert. Autsch. Ich hab noch 120. 500 hab ich auch untergeschmissen. Äh... Ja, dann muss mal einer rüberrennen da. Ich kann... Genau, da haben wir uns perfekt. Die Tür... Die Tür... Die Tür hat mich auch unter Schuss gefressen. Die ist nicht kaputt gegangen. Was ist denn da oben los, Alter? Die sind durch. Ich kann hier einen Schalter ausmachen. Soll ich mal machen? Schau mal. 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 Energetix. Ja. Du brauchst Licht, ne? Ja. Okay, warte. Von euch anderen Körper drunter? Ja. Kommt jetzt. 30 Sekunden. Energetix, hier? Ja. Ja. Danke. Warte kurz 30 Sekunden. Und gibst du das kaputt runter, ja? Äh, in 10 Sekunden. Ich hab ne schlechte Vermutung. Dass sie die spawnen? Ne, dass sie nicht so viel haben. Wir werden ja sehen. In dem Fall sind die da gleich dahinter. Ja. Ja, hier, Odi. Ich hab 2200 Metal Frags. Und ich bringe sie weg. Und ich bringe sie weg. Äh... Link da. Mercury? Kaputt kommt. Das ist kaputt. So. Ja. Achtung, seid ihr soweit? Ja. Ja. Schmeiß einfach runter. Ja. Kommt. Es fällt nicht weg. Es fällt nicht weg oder so. Hast du's? Ich hab nen Werkzeug geschrankt, ja. Warte. Hast du nen Hammer? Nicht, oder? Doch, hab ich ja. Ja. Nimm die Kisten auf und die Werkbank und stell das Kaputt da rein. Stell das Kaputt einfach rein, dann können wir da zu machen, wenn das... Mal kaputt irgendwie was Kaputt rein oder sowas? Spiele auf 240. Bist du das? Nein. Nein, nein, nein. Ich bin's nicht. Soll ich schießen? Ja, schieß. Okay. Okay. Der ist jetzt gleich hinter der Anbauerhälte. Hit. Zwei... Drei Spieler. Zwei Spieler sehe ich auf jeden Fall. Oh man. Hit. Naked? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub nach. Ja, runter kommen wir runter nicht, aber... Haben wir da jetzt noch ein bisschen Expluch? Ja, aber... Wie soll ich... Wir haben da nen Tyrod aufgestellt, wenn ich das richtig sehe. Lava. Ich seh das vor dem Linken, das sieht aus wie ein Tyrod. Das war gut. Wir haben auch nicht mehr so viel dafür. Normus, mach mal auf. Ach, das braucht immer noch. Ich fahr jetzt mal hoch, ne? Ich komm jetzt mal zu euch. Ja. Die Tyrod. Wir haben noch nen Tyrod auf. Wir haben noch nen Tyrod. Mit den Tyrod. Tyrod, Tyrod. Die wollen die Great Base aufmachen oder? Äh. Oh nee, du. Da ist doch nix drin. Pfff. Ach nee, falscher Weg. Huch wie. Weißt du was wir machen können? Ach kaputt haben die ja keins. Dann fällt das eher so einander irgendwann. Quality hier. Soll ich jetzt mit Expo Muni kommen oder? Ja. Ich hab kein Licht hier. Ja, die haben den Tod aufgestellt. Definitiv. Ah na. Können wir da aufstellen? Nein. Ja, die haben wir schon was vor. Die sitzen hier natürlich auf dem Rentierteller. Mercury, wo bist du jetzt? In der Base. In der Start... Welche Base? Main. Base. Main Base. Hm. Die sind von links gekommen. Über den Kamm habe ich wieder herlaufen. Das sind garantiert die aus der Haupt Base gewesen. Ja. Bestimmt. Deswegen sollte einer da Wache schieben. Ach. Wie können die bitte da ein Tyrod aufstellen, wenn wir da schon was haben? Ein bisschen weiter weg ist, aber das ist so gut gesetzt, dass es uns auf jeden Fall 300 ohne Beschuss, äh mit Beschuss nur in die Base zu kommen. Ich hab schon einen Schaden gemacht, ne? Äh, ist alle vor. Ja, ihr müsst jetzt nicht mehr was sagen, was du schon machen. Vielleicht kannst du von hinten das Tyrod eingreifen. Wenn du von hinten zur Red Base gehst, dann... Nein, ich versuche was anderes. Schauen wir es. Die Bauende Base auf 240 da oben. Es ist auch... Wer hochkommt, Leute? Nein, bleibt da. Ich hab gesehen, dass du bist. Wir haben keinen... Äh... Nicht hier, Alter. Ich dachte, der Energetix-Walter... Welche Bombe... Der Problem ist, ich schieße auf unser eigenes Tyrod. Hab dich auch, ich hab ja. Ich schieße auf unser eigenes Tyrod. Hier ist noch... Das machst du mit der Wand. Ja, ich dachte, könnte vielleicht noch sein. Guck mal, das halbe Wand. Wie kaputt ist dein Checkhammer? Ja, ich schieße auf unser eigenes Tyrod. Wie toll ist dein Unser... Und rechts ist schon wieder High Quality. Da könntest du auch weitergehen oder nicht? Dahinter, rechts. Oh shit. Ich bring jetzt 200 HQ. Was HQ? Ähm... Explosion, maybe. Oh. Reicht das? Ja, ist ein bisschen leichter. Ja? 200. Hauptsache, werf runter. Ich bin nicht da, Alter. Von hinten anschleichen oder so. Pfff. Sind die eigentlich noch da drin, sind alle vor? Machen die noch Geräusche? Nichts. Ich hab die Audio ausgestellt. Mach mal ein Spiel im Aktiv. Mal... Spiel im Aktiv. Hier ist zuviel drin. Ich hab einfach gewonnen. Was schießt denn da? Bist doch. Alle vor. Ja, nichts. Oh scheiße, wer ist tot. Spritzen auch fast alle. Oh, ich seh sie da oben. Kopfschuss. Sind zwei Mann hier. Ich krieg aber zu viele Hits. Pack mal Zeug rein. Ich greife jemand von hinten an. Ja. Sehr gern gut. Ich versuche nicht zu schlechten. Nein, läuft? Ich. Okay. Was? Und wenn ich mich besser wüsste, kann ich sagen, der einer hat vielleicht zu einer Raketen davon rücken. Okay. What? Es sah jetzt vom Dunkeln her nur so aus. Ich weiß es nicht. Oder was dick ist am Rücken. Dann halten die den her von Eingang rein. Ich. 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 Dann hab ich jetzt noch einen Stockwerk drauf gebaut. Kannst du noch laufen? Kannst du noch laufen? Ja. Dann komm, laufe. Alle, dude. Sie hätten auch. Ja, du musst dich nur rechts halten. Ich bin da vor dir. Siehst du mich nicht, einen grünen Punkt? Doch. Aber ich sehe nicht. Ich hab kein Flashlight. Die Rüsten auf. Die Rüsten auf. Ich hab gerade aufgeblendet. Jetzt halt den Stock. Ja, lauf, lauf, lauf. Alles gut. Thomas, ich bin schon bei 760, ne? Und das ist halb kaputt. Mein Jackhammer. Nice. Ich hab hier 203 Schuss. Das? Ja, das ist leicht. Noch einen Töd. Scheint so. Wir sind in der Höhle, oder? Ja. Ja. Ich schmeiß jetzt runter, ja? Ich bin tot. Ich schmeiß runter. Kopfschuss, du tot. Kopfschuss, du tot. Batz. Was weiß der? Ah, der hat uns geradet. Ja. Äh, hier. Das war der da hinten, wo wir gestorben sind. Muss ich mal oben hinstellen. Hier, aber keinen raus. Geht ordentlich an. Jo, geht klar. Au. Wir können das Turret doch zubauen, oder? Von hinten. Können wir reinkommen? Ja, aber wir werden anbauen. Hau, hau weit. Geil, dann kommen wir. Ey, ich muss nachladen. Ey, wir werden wir. Bist du ein Stein für ne Barrikade? Energetix, geh rein. Energetix, geh rein. Rein, rein, rein. Ja. Weil es wird jetzt hell. Links hin, links hin, links hin schießen. Und die haben Sniper, weiß nicht. Okay. Ah. Und? Ja, ich bin tot. Ich ist vorne. Pass auf, töten. Oh, das wird jetzt aber schwierig, du. Ja, runter, komm. Ich komme. Wenn ihr geht. Geh ein bisschen noch mehr zum Ausgang. Aber zeig dich nicht. Du musst mir den Dings hochschicken. Thomas. Ist das ne Turretz oder cool, oder nötige Spieler? Ähm, ja. Ist schwer einzuschätzen. Einer hat nen Kopfschuss. Das war ne Turretz. Da standen zwei Leute auf jeden Fall. Hinten, links. Einer ist tot. Schickst du den Aufzug hoch? Alter, die hacken hier Holz in der Zeit, ey. Ja, mach ich. Ich spawne hinten und greif dich von hinten an. Danke. Nein, ich bin tot. Ja, da. Erst jetzt. Ist jetzt einer runtergegangen, oder nicht? Ich geh jetzt runter. Wo sind die denn? Ah! Deswegen war nicht angegriffen worden. Wir kommen ja nicht mal bis da ran, glaube ich. Diese scheiß Base. Nee, nee. Komms auf mich, komms auf mich. Guck mal. Die sehen uns von hier schon. Ist da ein Fenster? Ähm, kann ich nicht sehen. Ich bin down. Ich bin down. Hm. Wie kriegt der mich, Alter? Dreck hätte ich schon bekommen. Watz. Oh, sollen wir in die Raid Base rein von denen? Mit C4. Tak, tak. Wir kommen ja nicht mal in die Nähe von der Raid Base. Oh, ne. Ich gucke von oben. Soll ich dich unterstützen, oder soll ich oben hängen lassen? Ja. Wie du willst, wie du willst. Der Spieler läuft auf ganz hinten auf 90 und 100 weg. Von der Raid Base. Ich spring raus. Ich spring raus. Der ist immer noch aus meiner Sicht auf 90. 85. 85, 90. Warte. Der kommt jetzt. Steht da jetzt. Ich surf jetzt zurück. Ist nicht genau zu sagen. Ich kontrolliere mit Dranglas. Ich bin raus. Lauf, lauf, lauf. Ich versuch dir irgendwie Deckung zu geben. Denkst du auch nicht? Es kommt ja gerade raus, wo ich im Wasser bin, ne? 3, 2, 1, schieß. Schieß, 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 schieß. Ich hab Musala. Den kann ich vor allen Dingen nicht sehen. Ja, der schießt ja auch. Ich bin fast an der Raid Base von denen. Ja, warte, ich gucke. Ach mit AK. LOL. Der ist runtergeschwungen. Aua. Pass auf. Ich muss nicht mal rechts gehen, Alter. Oh Gott. Komm schon. Wie liegst du? Kannst du mir in die Ecke schwingen? Ja. Mach auf. 3, 2, 1, hoch. Deine Spritzen habe ich hier. So. Scheiße. Und was ist denn bei dir? Da. Was ist denn geil? Einer guckt nach hinten. Zu unserer Main Base. Und einer guckt zu euch. Naja. Krass. Ja, da hab ich gesehen. Feierabend. Also er. Nicht ich. Da hat man wohl die AKs her. Die Affen, Alter. Hier wo die. Zeug mal hier. Oh, warte. Ein bisschen Holz brauche ich noch mal. Verdammt. Du hast das Ding wieder dran gemacht. Ja. Nicht? Dann setz mal hier gleich eine Plattform hin. Und mach mal das Ding hinter weg. Brauche ich. Die Hammer. Der hat hingebaut. So. Hast du das Ding weg? So. Und jetzt setzt du da unten eine Dreiecksplattform hin. Okay. Warte. Ich glaube, ich versuche rauszuspringen. Au. Ich hab's überlebt. Leut. Leut. Oh, knapp. Sie sind hinterm Felsen. Rechts von der Base, wenn du rauskommst, Leut. Ja, ja, ja. Zwei Stück. Einer aimt zu mir. Und einer guckt zu euch. Jetzt kommt er zu mir. Du kommst gleich in die Höhle runterzuspringen. Einer geht jetzt runter. Was geht da wieder vor? Er hat nen Kopfschuss. Ich hab nen Kopfschuss. Weiß nicht mit was der schießt, aber der zieht mir fette Punkte ab, ey. Warte, fachst du gut. Nein. Ja, die schreiben auf jeden Fall R83 Cave. Was? Was? Ey, das ist ein Scheiß. Oh, die, guck mal. Wollen wir ihn gucken. Hallo. Die Höhle. Was ist da? Scheiße. Schießen die mit unserer M2? Ja. Mega nice, ey. Ich weiß nicht, warum man die rausnimmt, alter. Zum Raid. Keine Ahnung. Bin ja auch gefangen wie ein Schweinchen jetzt hier, wa? Na, kein Problem. Ich komm wieder raus. Vor mir die M2, rechts von mir die AK, hinter mir ne Bolt. Ja. Bist nicht alleine. Ich komm, ich zieh auch die Panzerhose an. Oh, 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 oh. Ey, das erschreckt mich. Das sieht der. Oh. Hallo. Ich mach erst mal einen Cut hier. Und wenn sie dann kommen, nehme ich es auf. Und dann sollen sie versuchen, reinzukommen. Die bauen da irgendwas hin? Rüsten es auf? Warte, ich guck. Was ist denn, verdienen sie was? Ein Tool bestimmt. Ich glaub, jetzt wollen sie raiden. Oh, ich zieh die Base vor der Tür. Kann ich von hier aus. Metall-Oberstein. Juhu. Ja, jetzt kommt sie. Jetzt drehen sie mich. Soll ich ihn einfach mal von der Seite ein bisschen irritieren? Mach mal noch. Lenk mal noch. Ja, jetzt komm. Jetzt schießen sie auf mich. Aber das lenkt sie vielleicht ein bisschen ab. Hast noch nicht getroffen. Jetzt sind sie erstmal. Na, ich bin down. Aber der hat sich schon dreimal schießen müssen. Okay. Jetzt geht's mir jetzt an. Soll ich dir... Oh nein. Ach. Ach. Oh nein. Ach. 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 Oh, jetzt ist er gut da. Die haben sich jetzt ernsthaft ins drei Tüben gesprengt. Oh mein Gott. Ich hab's gewusst, dass sie wiederkommt. Deswegen hab ich schon alles auf Metall aufgerüstet. Ich wollte erst noch mal meine Decke abreißen, nach oben gehen und wieder zumachen. Dann wäre ich eine Etage über die gewesen. Warte mal, jetzt machen sie den Baustank auf. Ich spawn mal bei denen. Hello. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo sie definitiv die sind. Und nächstes Mal bauen wir auf jeden Fall vor ihrer Base eine Turret auf. Hm. Oder wenigstens einen Mann abstellen, ne? Ist das nicht geplant eigentlich? Was? Achso, ja, es war geplant eigentlich, aber naja. gut. Ja, dann sag ich jetzt mal tschüss, auch wenn's nicht geklappt hat, hat was Spaß gemacht. Ja. 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 Und dann gibt's das neue Basik. Die, die sich an dieser Stelle durch den Baustankern hat. Die kommen in die Barauts so gut. Da.